Erinnerung und Tradition, die Frankfurter Gedenkfeiern an 1848 in Karlsreich und Republik heißt mein Vortrag. Ich beginne am 18. Mai 1923, da jährte sich nämlich die Eröffnung der Paulskirchenversammlung von 1848 zum 75. Mai. Dieses historische und erinnerungswürdige Ereignis wollte die Stadt Frankfurt festlich begehen. Schon frühzeitig signalisierte Reichspräsident Friedrich Ebert, dass er Wert darauf lege, der Veranstaltung beizuwohnen. Der Sozialdemokrat drängte darauf, das Erinnerungsfest zu einer Feier des ganzen Reiches aufzuwerten und er ließ es sich nicht nehmen, auf der zentralen Veranstaltung am historischen Ort zu sprechen. Er zog dabei die Verbindungslinie von 1848 zu 1918-19 von der Frankfurter zur Weimarer Nationalversammlung. Zitat, So wurde die Arbeit der Paulskirche nicht Wirklichkeit. Sie ist aber ein Denkstein geworden, der weit und sichtbar hineinragt in die weitere Entwicklung des staatlichen Lebens der Nation. Und Ebert weiter, Denn als 70 Jahre später im Winter 1918-19 das deutsche Volk gezwungen war, sein Geschick selbst in die Hand zu nehmen, sein Staatswesen in den Nöten der Zeit neu aufzurichten, Da führte uns die Arbeit von Weimar zur Frankfurter Paulskirche zurück, zu den Leitgedanken, die an dieser Städte geboren sind. So schlingt sich hinüber das Band, das uns von heute mit der ersten Nationalversammlung verbindet. Einheit, Freiheit und Vaterland, Diese drei Worte, jedes gleich betont und gleich wichtig, waren der Leitstern, unter dem die Paulskirche wirkte. Zitat Ende. Und eben diese Leitsterne reklamierte Ebert auch für die Republik von Weimar. Bereits in seiner Rede zur Eröffnung der Nationalversammlung am 6. Februar 1919 hatte Ebert als Kopf des Beratens der Volksbeauftragten, also der Revolutionsregierung, 1848 zum Traditionsgut der Neuen Republik erkoren. Dabei hatte er jedoch den 9. November 1918, also den Sturz der Monarchie und die Übernahme der Macht durch die Revolutionskräfte, in die Linie mit dem 18. März 1848 gestellt, den Tag der Berliner Barrikadenkämpfe, den die SPD im Kaiserreich stets als Tag der Erinnerung an die demokratische Freiheitsbewegung begangen hatte. Ebert machte also 1919 und 1923 zwei Gedenkstränge fest, die die Erinnerungen 1848 dominieren sollten. Zum einen die Barrikadenkämpfe vom 18. März, als Sanktion des Volkes gegen die Tyrannei, die er in Bezug zum Novemberumsturz 1918 setzte und zum anderen die Eröffnung des Frankfurter Parlaments am 18. Mai, die er für das Weimarer Parlament reklamierte. Barrikaden und Parlament waren also die unterschiedlichen zentralen Erinnerungsorte. Um diese beiden Daten oder Ereignisse treten sich die Erinnerungsfeiern von Frankfurt, zu der auch noch die Eröffnung des Vorparlaments trat, das am 31. März 1848 erstmals am Main zusammengekommen war. Wie nun feierte Frankfurt im Kaiserreich und in der Republik die Ereignisse von 1848? Ich gucke da oder schaue da auf halbwegs runde Daten, nämlich Vierteljahrhundert, 50 Jahre und 75 Jahre. Die Barrikaden des 18. März nahmen 1898 die liberale Frankfurter Zeitung, das Sprachrohr des liberalen Bürgertums des Südwestens, zum Anlass an die Revolution, an den allzu kurzen Völkerfrühding, wie zu lesen war, zu erinnern. Also die Frankfurter Zeitung nahm den 18. März. Dieser 18. März aber war und blieb der eigentliche Gedenktag der Arbeiterbewegung, auch der in Frankfurt. Für die sozialistische Arbeiterbewegung, für das sozialistische sozialdemokratische Milieu besaßen die jährlich begangenen Märzfeiern die Funktion, ein historisches Gegenbild zum aktuellen Zustand des Reiches zu artikulieren und darüber hinaus ein eigenes historisches Bewusstsein zu entwickeln. Die Feiern der Frankfurter Sozialdemokratie, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, nahmen sich in der Bismarckzeit gegenüber denen in Berlin doch eher bescheidener Haus, wo 1873 ein Gedenkzug von 10.000, so ein Polizeibericht, oder 30.000, so die Sozialdemokratie selbst, zum Friedhof der Märzgefallenen in Friedrichshain statt von 10.000 oder 30.000. In Frankfurt feierten die noch getrennten beiden Vereinigten Arbeiterparteien ADHV und SDAP noch getrennt. Dennoch, die Märzfeiern in Frankfurt boten die Möglichkeit zu scharfer Kritik am obrigkeitsstaatlichen System, an der unvollendeten Demokratie, an der Ausgrenzung und an der Verfolgung der Sozialdemokratie. Also die Märzfeiern waren immer Feiern der Sozialdemokratie. Ich habe es betont, vor allen Dingen auch auf diesen Märzfeiern wurde eine scharfe Kritik an der unvollendeten Demokratie, an der Ausgrenzung und an der Verfolgung der Sozialdemokratie geübt. Mit der Zeit standen die Märzfeiern, die auch immer eine Erinnerung an die Pariser Kommunen von 1871 waren, in Konkurrenz zu den kontinuierlich stärker in den Vordergrund rückenden Mai-Feiern der internationalen Arbeiterbewegung, die an diesem Tag für ihre Rechte, Sie wissen es, insbesondere den Achtstundentag, warb. Hinsichtlich der Bedeutung überwog die seit 1890 begangene Mai-Feier allmählich die Märzfeier, während letztere, also die Mai-Märzfeier, als Gedenktat an Vergangenes erinnerte, so war der 1. Mai auf die Zukunft die sozialistische Morgenröte ausgerichtet. Die Märzfeiern unterlagen so einen Bedeutungsverlust, einen Funktionswandel, weg von der politischen Vision hin zum überwiegenden Erinnern. Doch in dem innenpolitisch angespannten Jahr 1898, also zum 50. Jahrestag, war der 18. Mai noch einmal ein Höhepunkt, als die Ob des Sieges über Bismarck mit gestärktem Selbstbewusstsein ausgestattete SPD sich als einzig legitime revolutionäre Nachlassverwalterin von 1848 zu festigen versuchte. 1898 wartete auch die Frankfurter Sozialdemokratie mit einem vielschichtigen Jubiläumsgedenken auf, das schon mit Jahresbeginn einsetzte als Max Quark, der vormalige Redakteur der Frankfurter Zeitung, und zur SPD-konvertierte Liberale über die Revolution von 1848 als Leuchtstern referierte. Am eigentlichen Barrikadentag, also dem 18. März, folgten dann vier Veranstaltungen, da man für eine zentrale Feier keine ausreichende große Räumlichkeit hatte finden können. Ich weiß nicht, warum man die nicht gefunden hat, ob die Stadtverwaltung diese verweigert hat, ist mir nicht bekannt. Erwähnen will ich noch, dass zu den vier Festrednern auch der junge Philipp Scheidemann gehörte, wohl einer der begnadetsten Agitatoren der SPD seiner Zeit. Die gemeinsame Resolution dieser vier sozialdemokratischen Veranstaltungen würdigte die für Freiheit, Wahrheit und Recht kämpften, den Helden von einst, Zitat, die auch nur für eine kurze Zeit den Sieg errangen, der dem deutschen Volk aber wiederum entrissen wurde, wörtlich durch den Verrat der feigen, habsüchtigen Bourgeoisie. Mit eben dem Bürgertum, dem die Sozialdemokratie Verrat an den alten Idealen unterstellte, stritt sich die SPD um das Erbe von 1848, konkret hier in Frankfurt mit der Deutschen Volkspartei, die eine Woche nach der SPD-Feier mit einer großen Veranstaltung im Saal des Zoologischen Gartens an den Zusammentritt des Vorparlaments ein halbes Jahrhundert zuvor gedachte, nicht an den 18. März. Die Paulskirche wiederum stand wenige Wochen später am 18. Mai 1898 im Zentrum, als die Stadt einen Empfang im Kaisersaal gab, dort, wo einst das Vorparlament eröffnet wurde. Bereits 1873, wir gehen wieder 25 Jahre zurück, also ein Vierteljahrhundert nach der Eröffnung des Frankfurter Vorparlaments hatte sich der Demokratische Wahlverein Frankfurts zu einer Feier zusammengefunden, die im bescheidenen Rahmen, nicht am historischen Ort, sondern im großen Saal des Saalbaus stattfand. Auch wenn sich das Bürgertum allgemein schwer tat, mit 1848 als Referenzort, so war es das liberale Frankfurt, das das erste große Jubiläum 1873 zu einem Memorial nutzte, das jedoch nicht, soweit ich das sehe, über die Region hinaus strahlen sollte. Erster Festredner 1873 war Otto Folger, der Gründer des Freien Deutschen Hochstifts, dem der württembergische Demokrat Karl Mayer, Nachrücker des Parlaments 1849 folgte. Das Ganze, also die Feier der liberalen Demokraten, wurde freilich von einem Polizeikommissar überwacht, der dem abendlichen Fest von ca. 400 Teilnehmern an gleicher Stelle noch fern blieb. Ich weiß nicht, was der Polizeikommissar berichtet hat, aber es dürfte wohl nicht so erbaulich gewesen sein für die von ihm Informierten, denn die Feier von 1873 war schon eine Kritik am Bismarck-System. Die Feier 1873 hatte noch für Frankfurts Liberalismus eine besondere Nachwirkung. Die verschiedenen demokratischen Organisationen in der Mainmetropole schlossen sich zusammen zum Frankfurter Demokratischen Verein, der sich als Ortsgruppe der Deutschen Volkspartei verstand. Frankfurt kalt neben Stuttgart als ein besonders wichtiger Vorort der wesentlich auf den Südwesten des Reiches beschränkten Partei. Zu den Teilnehmern 1873 gehörte auch der vormalige Stadtverordnete und Gründer der Frankfurter Zeitung und Sie kennen ihn alle, Leopold Sonnemann, der den geschäftsführenden Ausschuss für die 50-Jahr-Feier 1898 vorstellt. Eine solche zu begehen hatte die Deutsche Volkspartei auf ihrem Parteitag 1897 in Mannheim beschlossen, verstand sich doch die Partei als der radikal-liberale und damit legitime Erbe oder Erbingen genauer der Ziele der Paulskirche. Die politischen Rahmenbedingungen unter dem jungen Wilhelm II. hatten sich im Vergleich zur Bismarckzeit 1873 nicht wesentlich geändert, doch dominierten jetzt immer mehr staatliche Feiern wie Kaisergeburtstag, Regierungsjubiläum, Kriegserinnerung, zuvorderst der Seelandstag, sodass die Erinnerung an 1848 nur wenig Beachtung fand zunächst. Die zweitägige Veranstaltung der Liberalen am 26. und 27. März 1898 wurde beschickt von 50 überwiegend süddeutschen Städten, die ihre Vertreter entsandten. Ich will ein bisschen näher drauf eingehen. Den Auftakt bildete am Abend des ersten Tages ein sogenannt Fest Kommerz im großen Saal des Zoologischen Gartens, auf dem Sonnemann von der in schwarz-rot-goldenen, in den alterwürdigen Farben der deutschen Demokratie geschmückten Tribüne die Begrüßungsansprache hielt, in der er sich zu den Idealen der Paulskirche bekannte. Er würdigte da die Männer von 1848, Zitat, die den Grundsteine zur deutschen Einheit und Freiheit gelegt hätten und er prangerte das despektierliche Reden über die Revolution von Junkern und Junkers Genossen an. Die Einheit, so sagt Sonnemann, die Einheit sei zwar erreicht, aber nicht die Freiheit. Er nutzte seine Rede vor dem überfüllten Saal zu einer scharfen Anklage gegen undemokratische Klassenwahlrechte, die in seinen Augen allein schon belegen würden, wie weit doch das von Bismarck begründete Kaiserreich von den Idealen der 1848er entfernt war. Zwar lehne sich die Verfassung von 1871, wir haben es gestern gehört, so Sonnemann jetzt, zwar lehne sich die Verfassung von 1871 eine Gedanke und Beschlüsse der Paulskirche an, sie gleicht aber dieser wie ein beschnittenes Geldstück einer vollwertigen Münze gleicht. Hier bei Sonnemann manifestierte sich eine schon nicht mehr als verhalten zu bezeichnenden Kritik am Umgang der staatlichen Behörden mit der Erinnerung an die Paulskirche und generell mit dem Zustand des Reiches. Es folgten Reden mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Der Württemberger Konrad Hausmann wir haben gehört er sollte später Vorsitzender des Verfassungsausschusses in der Weimarer Nationalversammlung sein. Der Württemberger Hausmann sprach über die Einheit der Badener Konrad Heimbürger über die Freiheit und Ludwig Quidde der spätere Friedensnobel Krieger von 1927 zur sozialen Gerechtigkeit. Ich will aus diesen Reden Quidde zitieren der das Recht der Revolution von 1888 begründet und ich zitiere Quidde Sie war allerdings eine Erhebung die den Rechtsboden verließ aber sie war berechtigt weil man dem Volke ein Menschenalter hindurch sein versprochenes Recht das Recht das man in den Freiheitskriegen um seine Hilfe zu gewinnen ihm gelobte verweigert hatte. Ein Programmpunkt des daraus folgenden Tages war eine vormittägliche Totenfeier der Besuch des Denkmals für die am 18. September 1848 gefeilenden Frankfurter Barrikadenkämpfer auf dem heutigen Hauptfriedhof Die Festrede der dann anschließenden sogenannten akademischen Feier hielt Friedrich Peier später Friedrich von Peier der Führer der Schwäbischen Volkspartei und Reichstagsabgeordnete aus Württemberg der unter anderem die Missachtung bürgerlicher Freiheitsrechte anbrann hatte. Er verwahrte sich dagegen dass die Opfer des Standsrechts nunmehr offiziell als Meuterer bezeichnet würden. Sie seien so Peier keine Meuterer sondern Märtyrer der Demokratie gewesen und der württembergische Urliberale sagt weiter und ich zitiere solange noch rechtens ist dass am Tor des Berliner Friedhofs der März Gefällenen ein Polizeileutnant die Inschriften der Grenze für die März Gefällenen mit einer Schere zensiert solange noch der Herr Ober Präsident für Berlin den Berliner Stadtverordneten und die Badische Polizei dem Badischen Volk verbietet an den Gräbern dieser Opfer einen Kranz hinzulegen so lange so lange ist es nicht möglich denen einen Denkstein zu setzen deren entseelte Hüllen vor 50 Jahren der König von Preußen entblößten Hauptes geirrt hat so lange so so lange sollten wir von unseren Freiheiten und von unseren bürgerlichen Rechten und unserer bürgerlichen Selbstständigkeit doch eher bescheiden reden Worte der Enttäuschung aber er redet auch von der Hoffnung noch aber steht ein Denkstein der Revolution das allgemeine gleiche Stimmrecht wir haben es gestern gehört jetzt auch hier Friedrich von Peier noch aber steht ein Denkstein der Revolution das allgemeine gleiche Stimmrecht und solange dieses noch besteht haben wir trotz aller hässlichen und beängstigenden Erscheinungen der Gegenwart noch keinen Grund zum Verzweifeln Der Sinn der Veranstaltungen die umfangreichste Erinnerungsfeier zum 50. Jahrestag Deutschlands weit jenseits der Arbeiterbewegung war insgesamt ein Dreifacher Es war Erinnerung und Würdigung von 1848 zugleich eine Klage über das gemessen an den Zielen von 1848 unvollendete System und als ein Drittes ein Weckruf an die Jugend mit den Worten von Sonnermann Es sei nun Aufgabe der Älteren das Feuer von 1848 bei der Jugend wieder aufludern zu lassen Deutlich wurde dass für die bürgerlichen Demokraten und Liberalen die Links Liberalen die in Opposition zu Bismarck standen die Zitat Reichsgründung keineswegs eine Erfüllung der Ziele von 1848 darstelle und die Erinnerung nur mehr dazu diente die Defizite der Reichsgründung und der bismarxischen Reichsverfassung aufzuzeigen Die Feierlichkeiten der Liberalen 1898 finden sich weit ausgebreitet in einem publizierten Bericht einer Schrift aus der ich jetzt wesentlich zitiert habe des damaligen Teilnehmers Otto Hörth die er 25 Jahre später 1923 24 verfasste Dieser Otto Hörth der wirklich diese Liberalen Feiern breit ausschildert verliert kein Wort kein Wort über die städtische Veranstaltung 1898 wenige Wochen später Daran beteiligte sich nämlich die liberale Partei nicht Die Begründung lieferte Sonnemann in einem Brief an Oberbürgermeister Franz Adikis vom 20. April 1898 Er schreibt da Das Programm der Stadt könne uns nicht überzeugen Zudem habe man für die eigenen Feiern schon hinreichend Zitat Geld ausgegeben In der Tat wurde die städtische Feier nicht zu einer politischen Demonstration sondern mehr ein Fest der Erinnerung des historischen Diskurses und auch des Wiedersehens Zur Festivität im Römer am 18. Mai hatte die Stadt etwa 150 Gäste eingeladen städtische Honorationen Ratsmitglieder Vereinsvertreter sowie fünf der 17 noch lebenden Veteranen der Nationalsammlung In ihrem Aufruf an die Mitbürger betonte die Stadt den Kampf der 48er um die deutsche Einheit der zwar nicht erfolgreich gewesen sei der sich aber in Zitat glücklicherer Zeit aufbauen auf eben dem Wirken der Männer der Paulskirche erfüllt habe kompliziert formuliert aber dahinter steckte lediglich so wie es auch die Redner später dann vollzogen samt und sonders eine Würdigung von Bismarck und auch Wilhelm dem Ersten die das Ziel von 1848 die Einheit verwirklicht hätten das schwang diese Würdigung Bismarcks und Wilhelms dem Ersten das schwang bereits bei der Begrüßungsfeier im Kaisersaal mit auf der nach dem Oberbürgermeister der 81-jährige bayerische Parlamentsveteran Johann Nepomuk selbst sprach dessen Worte in einem Hoch auf Bismarck endeten ebenfalls überwie trotz einiger rudimentärer Kritik bei sämtlichen Reden im anschließenden Kommerz im großen Saal des Zoologischen Gartens das Lob auf dem Ersten und Bismarck als den Schöpfern der Einheit die damit die Ziele von 1848 von ein hinter Reichseinheit stand bei all den Feiern im Zentrum der städtischen Feiern nicht die freiheitlichen Ziele deren Unvollendung zumindest von einem Redner angemerkt wurde aber das wurde nicht mit Beifall versehen es wurde auch registriert dass den städtischen Veranstaltungen im Kaisersaal und auch im Zoologischen Garten keine Vertreter der Staatsbehörden beiwohnten keine Vertreter der Staatsbehörden beiwohnten weder aus Preußen nicht der Oberpräsident nicht der Reichspräsident nicht der Regierungspräsident schon gar keiner Ministerialen dies alles veranlasste die Stadt zu einer umgehenden Erläuterung die sie in die Presse verteilen ließ dies Abwesenheit von staatlichen Behörden sei auf den Umstand zurückzuführen dass die Behörden des Reiches und aus Preußen keine Einladung erhalten hatten da so das Magistrat die Feier als eine rein städtische Angelegenheit verstanden wissen wollte egal ob diese Erklärung zutrifft also wenn sie heute mal in der Stadt Frankfurt eine Feier ausrichten und laden nicht den Regierungspräsidenten oder vielleicht einen Minister nicht ein dann dürften sie wohl auch eine Schwierigkeit haben dieses zu begründen aber für die Frankfurter war das damals klar wir haben sie nicht eingeladen weil es eine rein städtische Angelegenheit gewesen ist egal ob diese Erklärung zutrifft oder nicht mit dem Fehlen staatlicher Vertreter waren mögliche Friktionen umgangen worden denn selbst eine verhaltene Kritik am Ist-Studern der Monarchie wäre bei den Behördenvertreterinnen sicherlich nicht ohne Reaktion geblieben so hatte man nach dieser Seite hin keine Rücksicht nehmen brauchen aber mit Kritik geht man sich ohnehin zurück Frankfurt stellte sich mit all den Aktivitäten von den Sozialdemokraten über die Liberalen bis hin zu den städtischen Organisationen und Behörden zugunsten der Erinnerung der allgemeinen vorherrschenden Tendenz entgegen 1848 einfach zu ignorieren die städtische Veranstaltung 1898 die städtische Veranstaltung Kaisersaal hatte mit der Intonation von Deutschland Deutschland über alles geendet also des Deutschlands Liedes von Hoffmanns von Fallerlems eben dieses Lied wurde am Verfassungstag 1922 von Reichspräsident Friedrich Eber zum Nationalhymne der Republik erklärt ein Jahr später und damit bin ich beim Jahr 1923 ein Jahr später verlieh das erste demokratische Staatsoberhaupt in der deutschen Geschichte dem Frankfurter Fest zum 75. Jahrestag der Paulskirche seinen besonderen Glanz das Urheberrecht für diese Feier 1923 am 18. Mai beanspruchen einige etwa der in seinen Erinnerungen nicht ganz wirklichkeitsnahe Reichskunstwart Edwin Ritzlob der seinerzeitige Ministerialdirektor im Reichsinnenministerium Arnold Brecht schreibt in den Erinnerungen dass die Reichsregierung Ideengeber für dieses Fest gewesen sei Seien Sie vorsichtig wenn Sie diese beiden zitieren denn dem gegenüber legen die Frankfurter Dokumente den Schluss nahe dass der Plan für eine solche Feier schon lange vor den Berliner Diskussionen in Frankfurter Kreisen geboren wurde nabendlich um dem damaligen Wirtschaftsdezernenten und späteren Oberbürgermeister Ludwig Landmann wobei dessen Berater der Journalist und Messedirektor Otto Ernst Sutter eine besondere Rolle bei diesem Projekt gespielt haben Im November 1922 also weit vor den Berlinern ist die Idee wohl geboren und bereits intensiv diskutiert worden Einen Monat später also im Dezember machte der Magistrat Nagel mit Köpfen und beschloss Vorbereitungen für die 75 Jahr Feier zu treffen und sich über eine Förderung mit der Reichsregierung in Verbindung zu setzen der zeitgleich installierten Vorbereitungskommission stand Oberbürgermeister Georg Vogt vor ihr gehörten weiteren Bürgermeister Eduard Gräf und eben Landmann an der eigentliche Tiefposten der dann einen vom Magistrat am 19. März 1923 abgesegneten Programmvorschlag entwickelt in diesem Programmvorschlag dann dem Zentrum der Reichspräsident bereits einen Tag nach Zustimmung zum Programmablauf konferierte der Oberbürgermeister in Berlin mit dem zuständigen Innenministerium Friedrich Ehemert der Reichspräsident war schon früh eingebunden worden für ihn sollte die historische Erinnerung an 1848 ein Baustein sein den die Republik für sich und ihr Selbstverständnis reklamieren sollte aus diesem Streben nach demokratischer Traditionsfindung erklärte sich dass er als ihn im zweiten Februar Hälfte aus Frankfurt Mitteilung über eine geplante Feier zum 75. Jahrestag gemacht wurde diese Idee nachdrücklich unterstützte und postwendend seine Zeilnahme zusagte mehr noch er wollte frühzeitig in die Planungen einbezogen werden drängte darauf die Veranstaltung zu einer Feier unter Beteiligung des Reiches zu machen und er sicherte diesbezüglich die Unterstützung des Reichsinnenministers zu Ebert stimmte nachfolgend und das kann man aus den Akten seines Büros sehen Ablaufplan und Reihenfolge der Ansprachen vor allen Dingen mit dem Reichsinnenminister ab Leitgedanke war für ihn dabei das Symbolische in dem Festtag unterstrichen zu sehen mit seinem unbedingten Eintreten für eine nationale Feier durchkreuze das Staatsoberhaupt die vorherrschende Tendenz innerhalb der Reichsregierung die Bedeutung des Tages herunter zu spielen und das Revolutionsjubiläum zu einer rein akademisch historischen Angelegenheit zu degradieren denn nicht allen Kabinettsmitgliedern denn nicht bei allen Kabinettsmitgliedern hatte der Gedanke an eine Feier zur Erinnerung 1848 Zitat widerstandslose Aufnahme gefunden wie Ministerialdirektor Brecht den Frankfurter Stadtfedern zu berichten wusste nicht bei allen hat es widerstandslose Aufnahme gefunden gut formuliert um zu sagen da waren einige doch herab dagegen zu denen zu denen die hier eine auffällige Distanz zum Jubiläum an den Tag lehrten gehörte auch der Reichskanzler der seit November 1922 amtierende Wirtschaftsführer Wilhelm Kuno der offiziell parteilose aber dem Nationalhiberismus zunehmende Quereinsteiger aus der Wirtschaft hielt es neben finanziellen Gründen die in den Tagen des Frühjahrs 1923 durchaus Berechtigung haben durften für nicht angeraten Zitat eine lang vorbereitete Feier in Anwesenheit von Reichspräsident Reichskanzler und Minister durchzuführen ohnehin so Kuno weiter sei man in weiten Kreisen der Ansicht genug Feiern gehabt zu haben Doch Reichsindminister Oeser musste dem Kanzler mitteilen dass eine Veranstaltung im bescheidenen Rahmen nicht mehr opportun war da der Reichspräsident Wert auf eine Teilnahme lege Schließlich sagte der einstige Habak Direktor Kuno noch im letzten Moment mit den üblichen diplomatischen Floskeln ab die nur schlecht die wahren Gründe Kaschini er sei so sagt er da er sei durch dringende politische Geschäfte gehindert an der Feier teilzunehmen er vergaß dabei aber jedoch nicht sein großes Bedauern über seine Unabhängigkeit zum Ausdruck zu bringen und seine innere Teilnahme zu bekunden Zitat Ende soweit Kuno also nicht alle wollten nach Frankfurt kommen auch der DVP-Vorsitzende Gustav Stresemann blieb den Feiern fern wohl neben grundsätzlichen Bedenken auch weil Alfred Weber als Festredner für die Paulskirche auserkoren war Stresemann hatte es dem Soziologen Weber nicht verziehen dass er und die Nationalliberalen von dem Soziologen in den November Tagen 1918 als es um die Bildung einer einigen liberalen Partei ging regelrecht abgekanzelt worden war was letztlich die Einheitsbestrebungen der Liberalen verhindert hat der Reichspräsident jedoch kam in die Mainmetropole und es wurde ein Tag der ihn mit besonderer Zufriedenheit erfüllte er lebte doch hier so etwas wie eine republikanische Begeisterung wie er sie andernorts noch nicht erfahren hatte und auch in diesem Maße nicht mehr erleben sollte es begann zunächst mit einem Aufenthalt des Reichspräsidenten mit einem Empfang der Berliner Gäste durch die örtlichen Würdenträger im Rathaus im Römer hieß Oberbürgermeister Vogt die Gäste willkommen Sämtliche im österreichischen Nationalrat vertretenen Parteien waren ebenfalls vertreten Im Vorfeld der Veranstaltung war darüber diskutiert worden ob der Reichspräsident im Römer oder in der Paulskirche sprechen sollte Ebert entschied sich dann für die Paulskirche sodass zum Auftakt im Römer der Reichsinnminister Rudolf Oeser sprach Danach sollte es vom Römer aus im feierlichen Festzug in die Paulskirche gehen Doch inzwischen hatte sich der Römerberg gefüllt Dicht gedrängt standen etwa 30.000 Menschen die das Schauspiel miterleben wollten Auch auf den Treppen des Römer gab es kein Durchkommen sodass Ebert im Zylinder und Gehrock schließlich kurzerhand über ein Gitter in einem der Römer Hüfchen klettern musste um dann weiter im Festzug zum eigentlichen Festakt in die Paulskirche zu kommen Ich komme darauf noch zurück Nicht wegen dem Klettern aber sondern wegen der Menge Diesen Festakt in der Paulskirche eröffnete der Frankfurter Oberbürgermeister der sein Grußwort mit Blick auf die Ausführungen des nachfolgenden Reichspräsidenten noch noch erheblich gestrafft hat In seiner im Reichsministerium entworfenen Rede stellte Ebert im Gegensatz zu seiner Eröffnungsrede der Nationalversammlung vom Februar 1919 das alte sozialdemokratische Feiermuster zurück und konzentrierte sich dem Anlass entsprechend ganz in liberal demokratischer Würdigung vor allen Dingen auf das Verfassungswerk von 1848 als Wegmarke der nunmehr erreichten freiheitlich demokratischen Grundordnung neben der historischen Reminiszenz und der Reklamierung der Tradition erwähnte er in der Prauskirche auch die aktuelle Bedrohung der nationalen Freiheit durch die französische Besetzung der Ruhr aber für seine Verhältnisse in einem moderaten Ton am Rande ohne kämpferisches Pathos andernorts trat er diesbezüglich viel schärfer auf und viel stärker und direkter stärker und direkter spielte die nachfolgende Gedenkriege des Heidelberger Professors Alfred Weber auf die seit vier Monaten andauernde Besetzung der Ruhr an Weber verknüpfte Historie und Gegenwart in besonderer Weise und das will ich besonders herausstellen das Parlament von 1848 sei nicht imstande gewesen die deutsche Einheit zu begründen und auch nicht fähig gewesen die Demokratisierung Deutschlands umzusetzen er verwahrte sich aber dagegen das Verdikt vom Professoren Parlament mit bloßem Stuben Karakter und lobte 1848 als Vorstufe der vor vier Jahren begründeten Republik von Weimar Er schlug den Bogen in die Jetzt Zeit in dem er an die politische Rechte appellierte als gute Patrioten die Republik anzuerkennen wie der einzelne Paulskirche die republikanischen Männer der Linken um der deutschen Einheit willen die Kreise Händen Preußens akzeptiert Ein Appell an die politische Rechte diese Republik anzuerkennen Ein Appell der nicht weit greifen sollte Erwähnen muss ich auch noch dass Weber zu guter Letzt zu einem freiheitlichen Europa gleichberechtiger Staaten aufrief indem er Anspielung auf die Praxis der Franzosen im besetzten Ruhrgebiet kein Platz für Ausweisungen in dem kein Platz für Ausweisungen Aussperrungen sei Er beließ es aber nicht bei einer Anklage des linksrheinischen Nachbarn sondern er rief Deutsche und Franzosen dazu auf gemeinsam zum Nukleus eines freien und demokratischen Europas zu werden Zitat stammen stammen beide Franzosen und Deutsche aus dem selben Mutterschoße beide aus dem selben Mutterschoße und für 1923 waren das visionäre und nicht zu erwartende Worte hier in der Paulskirche Am späten Nachmittag fand dann auf dem nahezu mit 30.000 Menschen überfüllten Röberberg eine republikanische Volksfeier statt bei der vom Balkon des Römer Reichstagspräsident Paul Löbe sprach dabei wurden schwarz-rot-goldene Banner aufgezogen und die Nationalhymne die Ebert ein Jahr zuvor erklärt hatte gesungen Tradition und neue Symbolik vereinten sich so Am Abend klangen die Festivitäten im Opernhaus aus Bei der Aufführung des dritten Aktes von Beethovens Fidelio wurde Ebert aber nicht wie andernorts bei solchen Theaterbesuchen mit Schweigen zur Kenntnis festgenommen das war schon freundlich sondern vom Frankfurter Publikum das sich von seinen Sitzen erhob mit tosendem Beifall und Hochrufen begrüßt das war so etwas Besonderes das selbst die Berliner Presse darüber berichtet unter dem Stichwort die Republik hat verstanden wie man die republikanischen Staatsoberhaupt begrüßt Nach der Aufführung sprach Ebert vom Balkon des Opernhaubes zu den Teilnehmern eines Fackelzuges diesem Spektakel so wussten Beobachter zu berichten wohnten etwa 60 bis 70 Menschen bei gegen 23 Uhr am Abend ging der Sonderzug mit den Regierungsmitgliedern in Richtung Berlin ab der 18. Mai 1923 war ein Tag republikanischer Heerschau dagegen nahmen sich die Märzfeiern am Mai gerade auch im Vergleich zu den imposanten Kundgebungen in Berlin ihr bescheiden Haus Im Hinblick auf die Feier am 18. Mai setzten die Frankfurter Offiziellen auch auf Nachhaltigkeit zum einen mit der Broschüre vom Geist der Paulskirche und zum anderen mit dem neuen Medium Film Die UFA dokumentierte die Veranstaltung mit laufenden Bildern Der Film unter dem Titel Der Tag des ersten Parlaments wurde dann zunächst in verschiedenen Kinos in Berlin präsentiert Ich habe leider diese Szene noch nicht entdecken können wenn Sie mir einen Tipp geben können wo man die findet dann wäre ich Ihnen sehr dankbar aber zumindest war es wichtig das ist aus dem Briefwechsel zwischen Reichskanzlei und Reichspräsidentenamt zu ersehen dass man genau wusste an welchen Kinos dann dieses auch gespielt wurde das neue Medium Film als Popularisierung der Republik Die Frankfurter Feiern zum 75. Jahrestag der Paulskirche erfüllten insbesondere den Reichspräsidenten mit einem hohen Maß an Zufriedenheit so war es mehr als nur eine übliche Dankes Floskel wenn er gegenüber dem Frankfurter Oberbürgermeister Zitat von der schönen Erinnerung an die eindrucksvollen Tage am Main sprach Nein Nein Das kann ich sagen Es war eine tiefe Empfindung Es war Genugtuung Erlebte doch Ebert hier so etwas wie die klassenübergreifende Bürgergesellschaft in Harmonie Auch wenn solche Empfindungen durch die Nicht-Teilnahme der Bayern getrübt wurden Bayern hatte als einziges Land keinen Vertreter zur Frankfurter Feier entsandt Für die Münchner Regierung war der 75. Jahrestag der Paulskirchen Versammlung ein Gedenktag Zitat Dessen Begehung wohl kaum einem allgemein empfundenen Bedürfnis entsprechen würde Zitat aus einer Mitteilung des bayerischen Vertreters in Berlin Dessen Begehung wohl kaum einem allgemein empfundenen Bedürfnis entsprechen würde Es war schlicht ein Affront der Bayern weil Ministerpräsident Eugen von Knillin ein Mann der Bayerischen Volkspartei just am 18. Mai an einem Gottesdienst anlässlich des 54. Geburtstages des bayerischen Kronprinzen Ruprechts in der Münchner Theatiner Kirche teilnahm 54. Geburtstag des bayerischen Kronprinzen Ruprecht Die hatten schon abgedankt Dass die Feier von 1923 von den Republikgegnern rechts wie auch links verdammt wurde das gehörte zur Begleitmusik republikanischer Feste der Zeit Das KPD Zentralblatt die rote Fahne etikierte den Tag als Zitat Frankfurter Hanswurst Jade Und mancher stramme Monarchist dem die Republik und ihre Farben ein Gräuel blieben wandte sich ab Der Marburger Staatsrechtler und spätere Reichsinnenminister Johann Viktor Breth an dessen Haus so schreibt er selber niemals eine andere Fahne als die schwarz-weiß-rote Weht Entschuldigung Dieser Jakob Breth immerhin ein Professor begab sich abseits als das schwarz-rot-golde Banner auf dem Römerberg aufgezogen wurde Er tat dies Zitat aus seinen Erinnerungen um nicht die republikanischen Farben grüßen zu müssen Soweit Breth später wie gesagt Reichsinnenminister der Reichsinnenminister ist für Verfassungsfragen zuständig Mit der Teilnahme des Reichspräsidenten erhielt die historische Revolutionsfeier 1923 mehr als nur eine formelle staatliche Anerkennung Eberts Kommen war in der Tat so ist schon gleichzeitig festgestellt worden in den Zeitungen ein tief symbolischer Akt Demgegenüber waren die Erinnerungsfeier vom 25. und 25. Jahrestag 1873 1898 mehr oder weniger lokale Ereignisse ohne die Anwesenheit von Reichsvertretern gewesen und waren so begrenzte Veranstaltungen mit einer begrenzten Streitkraft 1923 wurde die Revolution von 1848 die Frankfurter Paulskirche vom obersten Reichsvertreter zu Vorstufen der Weimarer Republik erklärt auch wenn der 18. Mai 1923 nicht die erste republikanische Massenkundgebung der jungen Demokratie gewesen ist wie Zeitgenossen aus Frankfurt überschwänglich feststellten so verschaffte die Feier der 1918 19 vollendenden parlamentarischen Demokratie ein Stück Legitimation aus der Vergangenheit ein Stück Legitimation aus der Vergangenheit für die Republik von Weimar gehörte 1848 insbesondere die Paulskirchen Versammlung zum demokratischen Traditionshaushalt auch weil die deutsche Geschichte bis dahin nicht viel an erinnerungswürdigen demokratischen schon gar nicht erfolgreichen demokratischen Momenten offeriert Nachtrag zum Manuskript für Frankfurt 1926 wurde an der Paulskirche ein Denkmal errichtet für Friedrich Ebert unter Beteiligung von Massen allerdings es trug als Todesjahr die falsche Inschrift 1924 obwohl der Reichspräsident 1925 verstorb war auf dem Denkmal noch als Todesjahr 1924 eingraviert man sieht es auf den Bildern dieses Denkmal wurde 1933 von den Nationalsozialisten abgehängt und 1948 wurde ein neues angebracht ein neues angebracht in Anwesenheit von Luise Ebert der Witwe von Friedrich Ebert der 1925 verstorben war aber das meine sehr verehrten Damen und Herren ist finde ich eine Einleitung eine Überleitung zu meinem nachfolgenden Referenten wenn es darum geht was aus der Paulskirche dann 1948 geworden ist ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit für die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit Vielen Dank.